ja ah da ist die Falle und die Spinne kommt auch noch dazu wird ja immer kurz noch runter hier hey Chef hier geht es weiter weiter gell ja aus den vierten kommen immer noch mal kleiner als ich begegne immer noch kleinen Gespräche also erstmal die auseinander mein E-Spell mein E-Spell ist voll stark ja muss ich mal eben schlagen ok da können wir auch leben dazu ist cool jetzt gehen wir erstmal für die gut ich will auch das können ja ne das ist das feuer oder das ist so soo vielleicht kommt jetzt ja ein Gespräch ich weißt du das andere an da muss man gar nicht ich dachte ja und jetzt da noch das kann ich nicht ich könnte den Gegenstand nicht verwenden äh ich glaube wir brauchen noch Teil 2 ja was bist du denn ja ne Dominacool ich hab grad gelesen Königin in den Tänis ja das ist echt ja 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 das ist ja rumstöhnt Königin das ist mein Königin das ist mein Königin für mich ja zum Königin mit dem Picken da wär ich auch gern ey da hast du nochmal König Königin 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 Alter wie die abgeht also die es geht reichlich Alter da muss ich mir nachher dazu drüberlegen weißt du ja die sind mir auch schön aus zieh ich mir gleich das ist eigentlich noch zu dritten mal ja und immer die gleichen ahja komisch Aachen Oh nei ein Elefant eh еще w So, und jetzt? So, und jetzt? Aber wir sind dahinter, glaube ich Oder? Wow Wow Was ist das denn? Das Ding hat jetzt voll gefangen hier Hm Was kommt jetzt schon wieder? Die Welt gefahrt hier Da gibt's ja aber jetzt Kalperini ist schonmal getötet Und die anderen ja auch, ne? Also da war nicht Ibiza besser Aber die Ibiza davor viel geiler war danach Wo du diesen fetten Klops mit Rüstung, alter Ah, schön Oh, oh, wir können reden! Sprich, sprich Das Pferd Alina Schwerthand, oh ist das süß Ah, ich bin ein sexischer Geist Ihr seid zurückgekehrt Seht euch wohl behalten wiederzusehen Kennt ihr Kalperinia und ihre Schorgen besiegen? Und habt ihr den Ring? Ja, Kalperinia und Ibiza sind tot Der Ring ist schon in that place Haha Der Ring ist schon in that place Also, ich bin in that place Entschuldigung Hat der Ring finden können Ihr versprochen habt? Hier ist er, wir versprochen Fertigkeit nicht vorhanden Fertigkeit nicht vorhanden Wie, wie Fertigkeit nicht vorhanden Willst du mich verarschen? Haha Ich danke euch für eure Hilfe Ich danke euch für eure Hilfe Nun könnt Alina und ich für immer zusammen sein Let's play Alina und ich werde mich nicht verfolgen Weil du den Ring hattest Ja, warte, ich werde noch kurz fertig Ich danke euch für eure Hilfe Kann das fertig jetzt reiten Weißt du nicht? Ne, das war nur der Port zurück Ey, voll die geile Idee Und das ist echt nicht schlecht Ach fuck, ich wollte das eigentlich nicht reiten Aber jetzt Ich check jetzt noch kurz mehr Inventar Und dann machen wir für heute mal Pause Weil es ist jetzt gerade schon 23 Uhr 49 Alter Schwede So, jetzt erstmal hier Hast du jetzt vor mir schon ein Protektes Angleich Äh, ja Ich nehme Flammenschlag Ja, aber ich habe eine neue Irgendwie als So Special Move Tribute Verbesserung Was verbessere ich denn da? Mach ich auch mal kurz neue Klasse Ich glaube, dass ich nicht mehr auswählen Immer reangesprungen, die lange Okay Eine Aufstiegskiste haben wir erhalten Okay Eine Aufstiegskiste haben wir erhalten So, kurz die Punkt D verteilt Fertig 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 Neue Talente Aktionsbonus zugefügt Schaden Bonusschaden Durch Stärke Maximale Treffpunkte Bonusschaden Durch Stärke Eindeutig So Mal runter Neue PvP-Aufgabe Annehmen Neu aufgestiegene Kiste So Jetzt habe ich glaube alles gemacht Ja Kann ich noch deine Im Inventar Deine Sachen noch Verteilen Also geben Ausrüsten Doch Neu Komm wir gehen baden Und somit beenden wir auch das Let's Play Komm mit Rund So Wird sie gefallen die Aufnahmesession Ja Die war echt nicht schlecht Die war echt nicht schlecht Geh immer öfters machen Oder halt immer jetzt so Baby halten Ne Dann würde ich sagen Verabschieden wir uns von euch War schön dass ihr dabei wart Jetzt hier Sind ja ungefähr 8 Parts Jetzt gewesen Sagen wir erstmal wieder Wir sind Stuff Mhm Und falls ihr Interesse an das Spiel habt Übrigens Und das auch zocken wollt Dann schreibt uns an Dann spielen wir gerne mit euch Wie cool ist das damit ihr Klar gerne Ihr müsst jetzt 5 Leute zusammenkriegen Für eine Quest Und das setzen wir uns jetzt mal zum Ziel Dass wir hier eine 5 Leute Gruppe zusammenkriegen Würde ich sagen Dauert zwar vielleicht etwas Mhm Oder falls ihr schon spielt Könnt ihr auch sein Also wir würden uns auf jeden Fall Ja Über eure Mitarbeit freuen Also Schreibt es einfach in die Kommentare Weil wir haben euch ja privat Nicht falls es Auswärtige Oder halt nicht bekannte Zuschauer sind Schreibt es einfach in die Comments Schreibt euer Username Dann suchen wir euch einfach mal Und laden euch ein Und dann zockt wir doch mal zu 50 West Wäre auf jeden Fall cool Warte stell ich mal hier hoch So, stell ich mal auf die andere Seite von dem Teil. Ah, das war zu weit. Warte, ich steh hier. Du musst uns schon angucken. Okay. Warte, du musst schon gut stehen, du stehst nicht gut. Du musst da direkt so stehen wie ich. Jetzt krieg's doch mal hin. Nicht so. Warte mal, warte. Warte, stell dich doch mal so hin. Jetzt stell ich mal hinter mich. So. Stell dich mal hinter mich, ja? Hinter dich. Jetzt bitte, ich nehm immer noch auf, übrigens. Ja, ich weiß doch. Warte. So. Alter, diese behinderte Vogel ist grad so im Weg, ich will ein Bild machen. So, ne, warte, dreh dich mal. Ja, warte, wir müssen es warten, warte. Ihr seid jetzt mal drauf dabei, wir machen jetzt hier irgendwo ein Bild. Stimmt. Was, wo es voll cool ist. Warte, er rennt doch nicht so, ey. Ja, ich hab hier nicht immer diesen Platz. Und ich dahinter, du? Daneben. Oder, ne. Aber du guckst da runter und dann, so mit dem Rücken, weil die Aussicht hier eigentlich schon ganz geil ist. Alter, hast du die Hand auf meiner Schulter oder was? Was? Entschuldigung. Warte, jetzt red ich mal ein bisschen. Du stehst mir wieder ein Stück vor mir. Stell dich neben mich. Ja. Alter. Ich verzweifle hier noch mit dir. Warte, kurz. Alter, aber die Position ist eh nicht so geil. Warte, kurz. Warte, kurz. Warte, kurz. Warte, kurz. Warte, kurz. Warte, kurz. Du hast hier noch? Alter, ja genau. Bisschen zu weit gibst, war? Ach da runter. Warte. Warte, jetzt. Druck. So, jetzt habe ich ein Bild von uns gemacht. also weiß ich ganz gut also vielen zuschauen wir schalten wieder ein ganz weitergeht hat mich gefreut ja auch von mir und mit sich gefallen hat die welt waren ja auch nach oben ob wir was richtig machen ist okay auf jeden fall haus